Another one! Hey, you're blocking the camera! So sorry, I just lived through 10 episodes. I'm so happy! Don't make a fuss, it's just 10 episodes. You think it's easy to live through one episode? Try it! Heute gehe ich mit meiner Schwester gemeinsam in den Palast. Persönlichkeit wähler? Hm, natürlich eine nette! Wir begrüßen den Kaiser! Wow! Kleine Schwester wurde zur edlen Gemahlin. Ich wünsche ihr nur das Beste. Große Schwester, warum hast du mich gestoßen? Ich habe dich nicht gestoßen. Warum will meine kleine Schwester mich reinlegen? Die edle Gemahlin will dich hier nicht. Ich bin hier, um dich zu beseitigen.